okay remote remote play together so control und vergesst nicht die habe ich wohl so dann wähle ich den kollegen hier aus 1 jetzt die frage wie siehst du schon ja ich bin vertreiblich mhm das stört sich so ein bisschen wie wie Humanfall vielleicht zum Beispiel wenn ich beitreten das ist ne gute Frage kannst du nicht beitreten irgendwas drücken Einstellungen Einzeigenmodus Steuerung das ist ja noch das ha muss ich jetzt erstmal muss ich erstmal Tutorials spielen vielleicht alleine könnte sein ob dumm immer am Anfang ich verstehe sowas immer nicht ok achso ich muss ein fehlendes Teil anbauen ich nehme das hier muss ich das richtig hinstellen ne achso und jetzt muss ich das drehen also sprinten kann man richtig professionelle Arbeiter ja muss ich mich verarschen ah jetzt so ok achso so ein bisschen rennen ok ok sehr gut ok 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 na toll na toll das befördert mich gar nicht was soll denn das achso B ist droppen hä hä was soll denn das jetzt hier achso ok jetzt gehts ach da sind auch noch Kisten hä jetzt die eine Kiste liegt da noch achja da die hätte zu viel Speed so ok ok hier ist noch so ein Teil anscheinend ach ne ich muss ja ich muss ja in die Richtung ok hä wie komme ich jetzt da hoch ah gut achso doch ich dachte schon oh meine Fresse achso man kann auch sprinten während man das macht ok achso da ist noch eins ich brauche ja noch boah man kann nicht springen ey das ist so nervig hallo sehr gut hallo was soll denn das Sofis am Werk hä 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 hey ich krieg einen Mindestlohn ich mach hier nix richtig Achso, da sind Kisten. Scheiße hier. Was soll denn das? Okay, also noch ein Level anscheinend. Achso, man kann Kisten auch schmeißen. Das ist ein schweres Förder, aber du kannst ihn mit Gleichigkeit vorwärts oder rückwärts bewegen. Achso, also vorwärts, rückwärts ist einfach und zur Seite ist schwer. Okay. Was haben wir hier noch? Ja. So, das war's, ne? Hm. Man kann ja theoretisch... Ich muss noch anschalten. Ja. Wie soll ich das denn hier alleine machen? Kann ich eine Kiste da drauf haben, oder was? Stimmt, oder? Ja. Bringt ja noch nichts. Das ist korrekt. Aber ich kann ja die Kiste auch schmeißen. Hab ich gehört. Ha! Genius! So. Okay, wo sind die scheiß Kisten? Also da rechts oben sind welche. Boah, ist das... Junge. So bequem. Achso, ah! Scheiße. Ich kann die doch aufschmeißen. Fuck. Ja, das ist witzig. So. Meißen wir die jetzt alle. Alter, wirklich? Also ich darf die nicht zu weit schmeißen. So, hier, glaube ich. Ist egal, hauptsache die ist unten. So. Achso, das war's schon. Okay. Nice! Okay. Okay. What? Achso, da steht ja auch Solo-Kampagne. Hä? Okay. Stufe 1. Stufe 6. Stufe 11. Ja, aber warum Solo-Kampagne? Ich versteh nicht. Ah, hier. Okay. Cool, Michi. Du hast jetzt einfach sinnlos zugeguckt. Okay. Was? Ich bin der erste Video. Ja, ja, ja. Ähm. Ähm. Ja, gut. Ähm. Jetzt müssen wir uns gleich Level plus Score abspielen. Mhm. Ja, das ist natürlich Unlucky. Okay, das können wir überspringen, würde ich sagen. Da bin ich. Okay. Ja, gut. Boah. Klingt das doch nicht weg. Wieso? Das ist unser Chef. Ja, und? Äh, müssen wir hier überhaupt hin, weil du hier ne Kiste gemacht hast? Ne. Was? Ich glaube, wir müssen da gar nicht hin. Äh, du... Okay. Guck mal, ich werde jetzt transportiert von den Dingern. Hä? Wie? Warum hat das bei mir dann vorher nicht funktioniert? Ja, weil du fett bist. Weil du fett bist. Weil du fett bist. Genau. Kann ja gar nicht gehen, aber das ist gut. 7, 8 und 9. Hä, wie bin ich denn schneller fertig geworden? Hey, ich habe ja ein bisschen gestackt. Hä, warte mal. Geht das bei mir jetzt eigentlich? Ich warte mal. Ich probiere das nochmal aus. Achso, jetzt gehts. Stimmt. Äh, komisch. Haben wir mehr Zeit? Äh, da müssen wir hin. Ne, warte mal. Du musst irgendwas aufmachen. Stell dich mal hin. Rechts. Genau, genau, genau. Ja, äh, ja, ja, ja. Hör! Doch. Ich komme hier durch. Warte. Ich nehme das einfach gleich ab. Du kannst dich da auch einfach drauf stellen. Ja, das geht auch. Auf deiner Seite. Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Oh. Bin dann noch so, gerade so durchgekommen. Hä? Was ist das? Oh. Können Sie was? Können Sie was? Können Sie was? Käppchen. Lecker Kaffee. Achso. Achso, hier müssen wir uns... Du musst mich durchlassen hier. Oder du gehst durch. Ah, okay. So, soll ich anmachen? Ja. Du musst dich gleich da auf den Schalter stellen. Du musst dich auf den Schalter stellen. Nein. Ah! Nicht so. Ah! Auf den. Okay. Okay, 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 okay. Oh, scheiße. Äh. Michi. Stuck. Und so. Warte mal. Ich muss hier... Oh. Egal. Ich schmeiß die einfach rüber zu dir. Hä? Warum ging das nicht? Scheiße. Es geht nicht. So. Wollte man die eine Kiste da. So, bam. Ah! Ah! Da steh ich mal drauf. Nice. Okay. Äh. So, warte mal. Wo? Da oben ist eins? Hä? Ne, warte mal. Ach, da ist eins. Okay. Du kannst, während du das teilnimmst, auch sprinten, ne? Ich weiß. Ne, warte mal, was? Bin ich grad doof? Wo muss das denn hin? Da. Ja, das muss doch hier... Ne, da oben hin, ja. Wo ist denn das zweite Teil? Oben. Ach, oben. Oben, okay. Oben. Oben. So. Ich hol das mal eins raus für dich. Und dann hol ich jetzt noch ein zweites. Nein! Bleib doch! Oh! Du Appe! Ja! So. Mach bei mir rechts hin. Oh. Oh. So. Mach mal an. Achso, da oben sind ja Küsten. Äh, das sind grüne, das sind grüne! Michi, stopp! Grün und blau, das sind zwei verschiedene Farben. Ja, grün ist es, stopp! Da gibt's immer, dass man Sprint hat. So. So. He! Aber wo gehen wir mit dem Paket, so wie am Flughafen? Hm. Wow. Pünktlich. So. Let's go. Die Level unterscheiden sich. Das ist ganz cool, dass die Solo-Kampagne und Co-op ein bisschen anders ist. Ähm. Hier muss das hin, ne? Oder? Nee. Nee, ich brauch nicht so einen... Wo ist da? Das muss irgendwo anders hin. Da, links oben, ne? Wo sind denn die anderen zwei? Ach, hier ist eins. Nee, nee, nee. Oder? Ach, doch. Das kann auch sein, ja. Ah, nee. Hast du getauscht werden? Nein, nee, nee. Hast du getauscht werden? Was? Nein. Doch klar, oder? Ist doch richtig. Nee, das ist jetzt falsch. Hä? Klar ist das richtig. Wo sind die Kisten eigentlich? Der steht ja da, dass wir eins anscheinend vergessen haben, oder? Oder sehe ich das falsch? Nee, das brauchen wir gar nicht. Ja, ja, deswegen... Das habe ich halt auch gewundert. Das macht gar keinen Sinn. Ach so, wir müssen keine Kisten aufheben. Okay, ich muss den mal sortieren. Kann ich dich auch aufheben? Nein, scheiße. Schiebung. Junge! Wichisch! Was denn? Was denn? Der klickt doch nicht die ganze Zeit weiter! Ja, der lernt doch nur, dass wir das machen sollen. Ach so, ja, genau. Und gleich so hin. Was müssen wir machen? Okay, dann haben wir das. Dann ist hier noch eins. Hä? Kann ich das gar nicht drehen, das Ding? Ach ne, die Großen lassen sich nicht drehen, ne? Ja, du musst das da nach vorne... Da ist doch so ein Dreher. Ach so. Naja. Na, jetzt können wir das... Ich mach das schon. Jetzt kommen wir da eh nicht hin, weil du das hier zugestellt hast. Ach, nein. Heisel, dreh dich! Ach, scheiße. Ist wieder zu viel gewesen. So, jetzt, ne? Ja. Ja. Okay. So. Ich nehm die Kisten da oben. So. Oh scheiße, das geht gar nicht. Hast du Mafia 2 gespielt? Ne. Richtig nie. Aber ich hab's... Aber ich hab's... Das erinnert mich ein bisschen an Mafia 2. Die erste Mission, oder was? Ja. Das wird ein Kisten schleppen. Mhm. Tatsächlich damals nur, als der erste Teil rausgekomm... Oh, scheiße. Hab ich denn damals beim Release gezockt. Aber das war's. Die anderen zwei kam ich irgendwie nie zu. Gischa, wer hat das hier eigentlich platziert? Der hat... Der hat... Das hat niemand platziert. Hast du grad kaputt gemacht, oder nicht? Boah, er ging's doch nicht. Ne, der hatte die Falschrichtung gezeigt. Guck mal, die zeigen hier alle die Falschrichtung. Hä? Ja, aber... Das hat... Das hat keiner platziert von uns. Das war einfach falsch. Wir haben's bloß nicht korrigiert. Das ist ja Quatsch. Das ist Quatsch. Verwalt' ich. Ja, komm doch rüber! Junge, hier ist doch irgendwie zu den Kisten. Kann man nicht hin? Ne, natürlich kannst du da hin. Du gehst aufs Förderband und das war's. Ne, das ist voll schwierig da. Alter, so... Geht neben mir und guckt mir beim Arbeiten zu. Hättest du wenigstens... Hättest du wenigstens Kaffeepause holen können. Der hat gesagt, danke für die fleißige Arbeit und... Ja! Ganz bestimmt hat er das gesagt. Oh, der... Ne, der muss anders. Der muss so hier. Ne, das ist falsch. Nein, das ist nicht falsch. Der muss da hin. Ja gut, aber ne, ist ja so ein bisschen Kacke. So, ist doch richtig oder nicht? Ja. Aber du musst doch Pause drücken. Vielleicht. Die Pause drücken. Ja, der fällt jetzt in die falsche Richtung. Das Paket! Welches? Achso! Ja, die blauen! Nein! Boah, das war knapp. Pause. Aber ich kann das nicht mehr abholen da, oder? Weil das ist doch... Ist das schon alles hingefahren? Naja, ich... Na, ah! Warte doch, vielleicht kann ich's auf... Ne, nein! Das ist doch Grille! Nein! Kann man das nicht rückwärts machen? Ah, ah! Scheiße! Mach einfach an! Ah, ne, warte! Ich fang die ab! Ja, ja, fang die ab und ich mach an! Oh, oh! Wir brauchen eine Pause! Ich hätt ihn nicht bekommen. Und das eine Paket stuckt. Step-Paket ist stuck. Ah! Ne, das ist nicht... Hä? Was? Ach, das ist da runtergefallen. So. Da ist auch eins... Warte mal... Können wir das nicht... Nee. Nee, das wird so nicht klappen. Ja, keine Ahnung. Dann müsstest du das Level eh neu spielen. Nee, nee, muss man nicht. Naja, wird ja nicht anders gehen. Doch. Wir haben verkackt, Michi. Wir sind schon bei gelb und keine grün, keine Sterne mehr. Ja, und jetzt? Ja, jetzt, äh, gehen wir nach Hause. Jetzt gehen wir nach Hause. Äh, lecker Kaffee. Ich mach die Nachtschicht. Jetzt ist ein Kaffee. Kaff, kaff. Oh, ich mach da in diese Kamera hier. Die ist echt nice. Oh mein Gott. Das war mal Fetter Nisa. Dankeschön. Was ist das? Okay. Oh, wir müssen die Kartons falten. Okay. Okay. Ja, da gefüllt die gefalten Kartons mit Erdnüssen auf. Okay. Ja. Mach an. Das ist die TAP durch unserepele Bulgaria, oder? Guck, und die Kartons erf loading? Guck, die Kartons erf 개jährt. Hä? Haben wir das falsch gemacht? Nee. Nee. ... Hä? ich verstehe nicht müssten wir jetzt muss ja ich habe mich dann eingesetzt jetzt musst du die kiste hält von alleine an muss nur a drücken so 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 chill chill dem leben du du kommst jetzt was machst du denn achso ich weiss nicht ne ich auch nicht warte mal was ist das achso ich muss warte mal das kann ich schon mal hinstellen ah ne warte mal ich kann dir helfen erstmal ne ne du musst da die dings maschine reinmachen an die wir uns dann reinsetzen hier hier muss die irgendwohin warte mal dahin immer weg macht das mal weg immer weg da mit dem ding wenn das ding macht es weg macht es weg so das ding weg machen warte so was machst du da achso das ding kann ja hier hin ja so oder geht das ja das geht so geht es geht passt brauchen wir das jetzt das verstehe ich nicht so ganz es gibt offene pakete es gibt offene pakete ja wie soll ich jetzt rüber kommen wenn ich jetzt das ding hier drauf stelle ja doch da nimmt mich da das ding da das fette ich muss hier hin zu mir damit ich hier durch kann äh du musst schalter 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 noch benutzen nein das brauchen wir nicht was machst du doch dann brauchen wir das nein doch doch wir müssen uns jetzt nur an die maschinen setzen wir müssen uns nur an die maschinen setzen wir wetten wir wetten ja kannst du wetten irgendwas will ich bekommen dafür wenn ich recht habe wo sind die scheiß pakete jetzt ich hab's wieder nicht warum kommt da jetzt nichts raus ja weil das ding falsch platziert ich hab gar nichts platziert ich hab da gar nichts platziert das war schon falsch das sagen sie alle ja toll wie sollen wir das jetzt machen warte mal warte 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 wir halten das jetzt mal an die zeit die zeit die zeit sie rennt ja das wird so nicht klappen glaube ich doch klar easy ja siehst du da schon scheiße nein sehr sehr gut direkt nochmal man hat ja gesehen dass das funktioniert direkt nochmal dasselbe warte ich geb dir mal rüber so wie ist am werk sehr gut sehr gut sehr gut scheiße hier der funktioniert gar nichts wie soll ich da überhaupt drüber kommen das geht gar nicht alter es ist alles stuck so ne scheiße hier sehr gut sehr gut soo aber ich komm da nicht rüber ich weiß nicht wie die zwei da holen du hast auch noch links pakete welche pakete denn oben links nein das sind aber ach so wettige pakete stimmt ja wir haben gewettet was bekomme ich jetzt einen aufs maul das ist sehr befriedigend ja das fällt alles runter michi du brauchst deinen job nicht ich hoffe ich werde arbeiter des monats mit ohne mitarbeiter da muss sowas sein ist irgendwie ne zumutung links oben sind noch pakete naja wollen wir das neue spielen ne ok ok he aber ich bin ganz einfach gegangen es ist jetzt Zeit hol dir noch käppchen aber wir haben trotzdem nicht genug ne tja da hat jemand geschludert bei der arbeit das sehe ich und wie kommen wir da hin ne ne wir müssen die an der maschine weg machen ja damit A also ich glaube ich dass du wärst das gewesen ja ich bin nicht so gut wie wir gemacht haben ok wieder irgendwelche neuen maschinen oder was ja wir können das mal die pakete darüber schaffen oder hä müssen wir das überhaupt versteht das gar nicht hä ja anscheinend ja schon geh mal allein links links ja aber das ist sozusagen egal ok und dann boah die kamera hat das zu kacke ne ist doch gut das haben die ja echt gute gelöst in dem spiel ich bin hä du siehst doch jetzt links unten am bildschirmrand wo du bist ich finde das aber für verwirrend dein neckel liegt übrigens im paket machst du denn das andere nicht angemacht was soll mir das bringen hä das ist die grün pakete auch schon mal reingehen dann geh die nicht äh ja ich komme aber wohl nicht mehr raus ne ja ich weiß ich muss aufstellen aber das ist noch ein paket hallo ja wir haben doch schon mal 14 das ist nun das sechzehnte ja es ist mehr besser mehr arbeit als weniger arbeit mehr arbeit als weniger arbeit mehr arbeit als weniger arbeit das hat sinn gemacht das hat sinn gemacht schmeiß die mal pakete damit die nicht so weit vorne liegen naja aber die gehen durch das wasser wieder zurück also manche von denen echt? ja 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 doch doch das dritte level haben wir gut gespielt ja ja neun ja okay feiner dritte so das ist ja erstmal oh das sieht ja schon wieder kompliziert aus warte was ist hier sache ach du scheiße drei verschiedene pakete äh warte mal ist das richtig äh ne ne ich verstehe gar nichts ne das ist quatsch wieso quatsch der ist doch da die braunen pakete müssen hier nach rechts das ist schon richtig ja das ist richtig so ja das ist quatsch das ist quatsch äh ja das ist richtig so da sie muss hier hin und nachher die blauen pakete ne die blauen pakete müssen da hin hier die müssen hier hin ja guck mal wie die das hier gemacht haben das geht so nicht das ist eine absperrung doch klar geht das guck mach die lübsche auf komm stelle hin komm stelle hin ja genau die ist ja dann kann ich die hier schon mal vor platzieren mhm und den blauen auch nochmal mhm aber nicht so mhm hä ich habe einen fehler gemacht so jetzt ne und das muss dann hier machen wir die roten hin so ne hä wieso fehler gemacht ich habe einen fehler gemacht ne aber das war doch richtig hier ne aber dahinter war noch ein achso ne Bank da ja 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 alles klar so aber wir müssen das trotzdem zwischendurch anhalten oder komm sitz ich dran ja 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 bin dabei mach mal an vergiss dich dass wenn rotes kommt also anhalten so wo wo gibt es noch das macht schon ich mach das schon gemacht doch mach doch ich war verwirrt sehr gut meine fresse mitarbeiter des monats sehr gut hier sind ja auch noch gute pakete das auch nicht da muss man die roten ach so du willst das machen scheiße ach so das steht da drauf wir können es anmachen oder was habe ich denn hier für ein praktikant schon wieder das stopp 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 muss ich entschaffen was ich muss das ja so hier machen so jetzt der schweiz links 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 sind braune kisten ich weiß hast dass dinge da sehen ja wort drt bibliotheker gerade Na, du kannst schon rennen. Oha, Alter. Was geht denn hier ab? Äh, warte, 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 warte. So, jetzt. Ein bisschen scheiße gebaut. Warte mal, hier ist... Ne, hä, wo muss das denn hin? Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Hier in die Ecke muss auch noch eins sein. Wo ist denn das überhaupt? Da hinten. Das hier. Ach du scheiße. Ja, genau, genau, mach mal auf. Wenn ich das hier durchkriegen würde... Alter. Ich sag, sie kann nicht. Raktikanten, mein Teil. Ja, ich krieg das hier nicht weg. Nimm du das mal. Nimm du das mal. Vielleicht geht's. Hast du gehört? Ja, ich hab gehört. Nimm du das mal. Alles muss man hier selber machen. So. Komm, sitz ich auf. Äh, ich setz mich unter die Maschine. Ah, nee, da ist ein Ding falsch. Nein, es ist nicht gesungen. Egal, es ist nichts passiert. Ne, ist auch nichts passiert. Da ist aber noch eins falsch. Ja, hier, das hier. So, jetzt, oder? Das sieht alles richtig aus. Also, echt cool. Ich finde, es ist sehr viel entspannter als Overcooked oder andere Games. Also, ein bisschen anderen Flow. Noch nicht. Warte mal, warte mal. Bevor wir den hier hinstellen. Ich würde sagen, erst mal den hier. Ne, hier. Den hier auf jeden Fall. So. Dann hier muss das Verpackung-Ding bestimmt hin. Da, wo du grad bist. So, hier. Ne, 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 ne. Was machst du? Ne, das wird so nicht funktionieren. Was wird nicht funktionieren? Du es kümmert hast. Ja, aber haben wir keinen Teil zum Drehen? Ne, haben wir nicht. Du musst das da links machen. Ja, 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 genau. Wir müssen es einfach wechseln. Na, und wie machen wir das hier? Das mache ich schon. Na, ja, dann setz. Warte mal, an was? Musst du mich ran setzen? Ich setz mich an das Teil. Grüne Boxen kommen jetzt. Ja. Ich kann mich ja schon heran setzen. Das ist zugestellt, ja. Oh, äh, die eine ist runtergefahren. Das mache ich danach. Äh, nee, das ist Stuck Michi. Das geht so nicht, wie du das gemacht hast. Stimmt, da ist doch eine Mauer. Machen wir jetzt auch was? Ne, das geht auch nicht. Ja, doch. Achso, du machst dir einfach den. Okay. Warte, warte, warte. Ne, ich kann die auch nicht nehmen. Das ist ja das Ding. Wir müssen die wechseln. Wir hätten die wechseln müssen, Michi. Hier, das Ding muss hier hin. So, geh rüber. So, geh rüber. Hey, was ist das für ein Wichs? Hä? Du musst dann die Faltmaschine gleich. Die eine Box hat die andere da angeschoben. Ja, ich weiß auch nicht, was das Scheiß war. Ja, das war's. Mehr kriegen wir nicht mehr. Wo müssen wir denn hin? Nichts, weil das so ist, das ist das letzte Level. Achso, das ist das letzte Level. Immer diese Praktikanten, die besser sind als die Angestellten. Ja. So, wollen wir mal Soulmaske, oder was? Ja. Okay, ne, das ist doch ganz nice. Wie fandest du's? Ja, war ganz witzig. Es gibt aber übelst viele Level, ne? Hier, wir sind... Stufe 5... 10 Level, 15 Level, 20... 25... 30 Level gibt's. Bam. 30 Level. So, okay. Reicht für heute. Okay.